mit einem Live-Kommentarier und das ist jetzt Part 1 zu Road to Sniper Boss oder wie es sein wird wie jetzt sein Name Titel sagen ich weiß nicht wie ich es nennen werde ich würde es schön machen und ich weiß dass ich schlecht bin von hinten danke kannst du mit Sniper spüren du auch Kasa ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht der ist über uns ok aber doch mit uns ich weiß nicht du bist du bist du bist du bist ich weiß nicht das war kein Quickscope tut mir leid ich weiß nicht ich weiß nicht du bist 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 Ich komme jedes Mal auf den Scheißschießbutton so schnell auf wie. Okay, da ist er drüben. Danke, dann hätte ich noch mal was Loco treffen müssen. Der war nice, der wird das nicht zugeben, der war schon nice. Okay, Gott sei Dank habe ich noch eine Sau gekriegt, Alter. Irgendes mit dem Nachlernen ist ein bisschen blöd. Fuck, schon wieder verdruckt. Seht ihr das, Leute? Bah, scheiße. Jetzt gebe ich meine Katze noch auf die Eier, frisst da, Alter. Scheiße, Mann. Warum bin ich jetzt schon wieder VIP? Kann mir das irgendwer sagen? Super, ich habe mir gerade die Nase gekratzt. Was kann der eigentlich mit seinem schwulen Sturmgewehr? Ich bin aber noch positiv, weil der Scheiß die Wand hat. Boah, ich brauche immer so lange den Scheiß anvisieren, Alter. Und dann drücke ich auf den Scheißschießbutton, weil der so fett ist. Das ist nicht so gut. und du schauen dass nicht stirbst oder was kannst du eigentlich du stirbst die ganze zeit was kannst du in dein leben mal da ist ja unnormal jede fünf sekunden stirbt jetzt kommt damit seine schwulen granaten oder ist klar ist die servum braucht du lappen kinder du lappen ich habe immer noch lang muss ich schieße jedes mal so ein paar millimetern vorbei da hinten ist noch einer ein bisschen rot bin auf jeden fall schon wieder auf den schießparten kommen so schlecht bin ja wenn du da weißt du es denkst ja genau komm mit einer schwulen granaten oder mehr konzert in dein ok leute lasst einen kommentar unter 17 zu 13 mein zweites spiel ich lasse jedes spiel immer auf egal wie schlecht ich bin das ist ein bisschen reiz davon es war sicher saulang als das gameplay als live kommentar aber ich würde es jetzt noch kürzen auf jeden fall schreibt es in die kommentare lasst ein like da oder ein dislike kommt darauf an ob es euch gefallen oder nicht hat und ja zwei gegen einen ist ja fair auf jeden fall vielleicht nehme ich dir jetzt noch auf da die runde und ja ich bin raus Leute ciao ciao